Herzlich Willkommen in Indien Masala. Sie finden uns in Neustadt 1 in Bad Gandersheim. Wir haben für Sie 75 Plätze innen und eine Sommerterrasse mit 65 Plätzen außen. Jetzt kommt unsere Schätzfrage, wie viele Gewürze werden in unserer Küche verwendet. Der Gewinner bekommt von uns im Wert von 20 Euro einen Gutschein. Am 24.12. haben wir geschlossen, ansonsten sind wir normal mit unseren Öffnungszeiten für Sie da. Am 25.12. haben wir geschlossen, ansonsten sind wir normal mit unseren Öffnungszeiten für Sie da. Am 25.12. haben wir geschlossen, ansonsten sind wir normal mit unseren Öffnungszeiten für Sie da.